Einen wunderschönen guten Tag. So, ich fange hier mal eben Minecraft wieder an. So, da haben wir ja unseren Bunker. Und ich hatte mir überlegt, ähm... Ich hatte mir überlegt, ja was hatte ich mir denn überlegt? Ach ja, ach ja, jetzt brauchen wir noch einmal Wolle. Um uns da etwas zu bauen. Oha, okay. So, und ich hatte hier eigentlich mal so gedacht, ähm... So eine Plantage. Aber für diese Plantage brauche ich Erde. Die ich mir jetzt mal hier ganz kurz holen werde. Ich habe leider keine Schaufel mehr, also... Was soll's, ne? Komm, nicht so schlimm. Wir haben hier alle Zeit der Welt. Huch. Ja, komm, ich hoffe, das reicht. Denn ich finde es immer nicht so schön, wenn das so unsymmetrisch ist. Da kriege ich immer voll die... Voll die Zornrosette. Oder so, ne? Ja, dann könnte man bis hier so ein bisschen abbauen, weil das sieht ja sonst kacke aus. So, komm, setzen wir mal hier die Dinger hier. Wo ist das denn hier Ende? Da, okay. Okay, dann machen wir mal. Ähm... Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Hier, oder? Hä? Jetzt hat er mich verzählt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, ja. Das sieht... Ach, falsch. Das sieht ganz okay aus. So, mal gucken, ob ich mich jetzt hier irgendwie verzählt habe oder so. Ähm... Ähm, ja. Moment, mal gucken. So, ja. Alles klar. Alles klärchen. So, dann hier. Dann da. Ähm, ja komm, eine Reihe können wir noch machen. Ja. So, dahin. Ja, gut, das sieht doch eigentlich ganz okay aus. Sieht ganz okay aus. Jetzt werde ich mir mal, ähm, eine Schaufel craften. Boah, Moment. Das Loch hier geht ja gar nicht. Ach, wie schön. Ich habe auch keine Achse mehr. Okay. Okay, alles klar. Kein Problemchen. So, das machen wir auch jetzt nämlich mal zu. Die Kacke hier. Hä, wo ist denn die Typen? Bin ich jetzt dran vorbeigelaufen? Tatsächlich. Ich, Dödel, bin dran vorbeigelaufen. Ach ja. So, da haben wir noch Glasscheiben. Hm. Verrottetes Fleisch. Feder. Hühnchen. 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 Das brauchen wir. Das packen wir mal da mit hin. Äh, das brauchen wir erstmal nicht. Das hier auch nicht. Ähm. Ach, ja, genau. Hatte fast vergessen, was ich tun wollte. Ach, die gehen immer so schnell kaputt, ey. Aber was willst du machen, ne? Ähm. Ah, so geht ne Schaufel, genau. Ha. Ja, ich Dödel. Ich Dödel. So, komm, das packen wir da hin. Das da, das da. So, hier. Komm, da. Da, hier. So, alles klar. Alles klar. Ach, Moment. Ähm. So. Alles klar. Boah, ich denke immer beim Ofen, ne? Immer so ein bisschen heikel. Nicht, dass einem dann die Bude abfackelt oder so. Ey, das wär's ja. Das wär ja voll der Hammer. Wär ja schon schlimm genug, wenn das ein Creeper wegsprengen wär. Würde. Würde. Oh. 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 Alter. Da wär ich jetzt glatt reingefallen. Wenn ich es nicht rechtzeitig erblickt hätte. Mit meinem scharfen Adlerauge. Hä? Was ist das denn hier? Ach. Süß. So. Komm, das machen wir hier mal alles weg. So. Okay. Das hier sieht auch noch nicht so geil aus. Ich hatte vor, auch mal bald so eine Mine zu bauen, ne? Eine Mine wär ja auch mal ganz cool eigentlich. So, das hier so ein bisschen ebnen. Damit das da nicht so quer durch den Garten aussieht. Ne? Das ist ja immer nicht so der Hammer. So, was machen wir hier mit? Hm. Hier können wir mal ein bisschen zubauen. Nicht, dass ich da doch irgendwann mal reinfallen sollte. Aus Versehen natürlich. Also, ne? Jetzt nicht mit Absicht oder so. Hahaha. Oh Gott, das war nur ne Fledermaus. Oh! Nur ne Fledermaus. Nein, ich bin reingefallen. Ich dummdödel. Nein. Nein. Ah, gut. Tja, ich dachte, wir müssten jetzt hier schon krepieren, aber naja. Zum Glück war es ja nicht so. Da müsste jetzt noch einer ran hier. Ja, komm. So, das geht. Wenn die zu ist, ne? Da. Oh. Es wird morgens. Wie wundervoll. Hier muss man immer aufpassen in der Nähe von einer Höhle. Nicht, dass da dann, wenn man hier sowas weg macht, dann da unten noch so ein Loch kommt, dann fällt man rein, dann hat man den Salat. Ach, schon kaputt. Das ging aber schnell. So, komm, hier noch ne Reihe weg. Huch. Komm, hier noch ne Reihe. Ja, das sieht doch... Also, es nimmt, es nimmt, ähm, es nimmt ein, also, wie sagt man es denn auf Deutsch? Es nimmt seine Form an, genau. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich und sage, bis zur nächsten Folge. bis zum nächsten Mal. Das war's, Vielen Dank.